Wir kriegen doch hier gleich wieder Rischi aufs Maul. Rechts Patty! Ja? Rischi aufs Maul. Kommt rein hoch zum Hügel. Kommt rein hoch. Hey, hey, Betty! Betty, rechts! Ich schließe dich jetzt. Doh! Du! 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 Ja! Geschissene Deckung hier. Petty, gib mal Sperrfeuer, dass ich zu dir kann. Der ist raus. Ja! Aaaaaaah! Das war's für heute. Da vorne wird ein Bastard wegzahlen, Alter. Hat er sich getroffen? Alter, ein Schuss direkt voll auf die Nase. Schön. Kannst ihm ja dankbar sein dafür, dass er deine Maske zerkratzt hat. Das war's für heute. Das war's für heute. Die kommen rum, da komplett und da kommen sie rum, von da. Das ist ja eklig, wenn die da rumkommen. Montag. wow ist geil ja, nächster Hier kommst du so nicht mehr raus.